Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Dunstabzugs-Hobbe-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Dunstabzugs-Hobbe-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Klarstein-Galina. Auf unserem 5. Bereich befindet sich die Klarstein-DK 15 Galina SL Dunstabzugs-Hobbe, die somit eine Wandflächen-Hobbe mit Rauchwelle ist. Mit dem silbernen Aussehen und der Breite von 60 cm fügt er sich gut in die Küche ein. Sie können die Höhe von 40 auf 78 cm ändern, während die Tiefe von 50 cm nicht reguliert werden kann. Die Standard-Einstellung basiert auf dem Abluftbetrieb, kann jedoch in wenigen einfachen Schritten in den Rezirkulationsbetrieb umgewandelt werden, sowie in einem zusätzlichen angeschalteten Kohlenstofffilter. Die Einrichtungsoptionen befinden sich auf der Unterseite des Klarstein-Rauchschranks, wo Sie die LED-Beleuchtung aktivieren und auch drei verschiedene Leistungsstufen auswählen können. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Boman Du 671. Mit der Boman Du 671 G Dunstabzugs-Hobbe haben wir den sechsten Bereich genommen. Es handelt sich um eine Wandoberflächen-Hobbe mit hoher Edelstahl-Rauchwelle und einem modernen Glasschirm. Der einteilige Ölfilter umfasst drei Lagen Aluminium und eignet sich zur Reinigung in der Spülscheibe. Auf der Vorderseite des Boman-Triggers befinden sich fünf Druckknopfschalter, mit denen Sie die Stromversorgung und auch die Beleuchtung herstellen können. Zwei zuverlässige LED-Leuchten sind integriert, um Ihr Kochfeld aufzuhellen. Mit den drei flexiblen Leistungsstufen können Sie den 27 Watt Elektromotor regulieren. Insgesamt erreicht die Kochhaube Du 671 G eine optimale Durchblutungsrate von 282,6 Kubikmetern pro Stunde. Auf Platz 3, haben wir die Ciara CBCS 6201. Weiter geht es mit der Ciara CBCS 6201 Dunstabzugs-Haube, die Sie als Wandhaube erhalten. Dies deutet darauf hin, dass es keine Art von Kochbereichsschränken über dem Herd geben muss, da sich der Rauchabzug durch den Schornstein, ebenfalls Schornstein genannt, so weit wie die Decke erstreckt. Sie können die Höhe zwischen 57,3 und 94 cm ändern, um sicherzustellen, dass sie in jeden Küchenbereich passt. Die Breite beträgt konstant 60 cm und die Tiefe 48 cm. Sie können das Produkt in Silber oder Schwarz für die ideale Kombination in Ihr Zimmer kaufen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Klarstein Annabelle. Die Klarstein TK15 Annabelle 90 Black Array Haube, die Sie im Rezirkulations- und Abluftmodus verwenden können, hat es in den dritten Bereich geschafft. Mit einem Gewicht von 20 Kilo gehört er bereits zu den größeren Versionen, so dass Sie sich während der gesamten Einrichtung auf ein stetiges Gebäude konzentrieren müssen. Das hohe Gewicht lässt sich durch den hochwertigen Edelstahl und die spezielle Clearance-Form klären. Damit die Herdenhaube TK15 Annabelle 90 Black ihre Aufgaben noch fleißig erfüllt, hat sie ein hohes Ergebnis von 230 Watt. Insgesamt saugt er 650 Kubikmeter Luft pro Stunde ein und verbraucht auch nur 58 Kilowattstunden pro Jahr. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Bohmandu 623.2. Das Ausgangsprodukt in unserem großen Kontrast ist die Bohmandu 623.2 Dunstabzückshaube, die Sie in Weiß oder Inox kaufen können. Im Allgemeinen ist es für den Abluftbetrieb ausgelegt, kann aber mit dem nachrüstbaren, ausgelösten Kohlenstofffilter Bodenbelag in den Rezirkulationsbetrieb umgewandelt werden. Der fast 6 Kilogramm schwere Rauchabzug ist für das Fundament geeignet, wo Sie alle erforderlichen Befestigungsprodukte sowie die Verbindungsposition im Vertriebsbereich erhalten. Mit einer Größe von 60 Zentimetern passt die Version in fast jede Art von Küchenbereich. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.